Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Pokemon Go Video und heute mit den Highlights zum Halloween Event Teil 1. Im Hintergrund seht ihr meinen Durchbruch und ja, verzeiht es mir, wenn das Video heute ein bisschen länger geworden ist, aber ich muss ja die ganzen Aufnahmen von den ganzen Tickets, die es beim Teil 1 gab, in dieses Video reinpacken, um euch das zu zeigen. Und so, deswegen, ich hoffe trotzdem, euch gefällt es. Lasst gerne ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Hier auch ein neuer Pokédex-Eintrag, den habe ich gefunden, der fehlte mir noch. Und jetzt habe ich diesen kleinen Eisdrachen auch endlich einmal gefangen. Leider keine gute IV. Ansonsten schreibt gerne rein, wie gesagt, ob ihr Glück hattet mit 100ern, scheinlich kennt ihr ja schon und so weiter und so fort. Ansonsten natürlich, klar, ist es ein bisschen später, das Event ist ja schon ein bisschen länger vorbei, Teil 2 läuft ja auch gerade schon. Gibt es natürlich auch hoffentlich bald das Video dazu, aber ja, ihr habt es eventuell mitbekommen. Ich bin ein bisschen krank gewesen und konnte halt dieses Video nicht machen. Und deswegen gibt es das jetzt. So, anfangen tun wir mit dem Ticket, Teil 3. Ich habe mir dieses Ticket ja gekauft, wo man bei den vier Events im Oktober ein paar Aufgaben hatte, die Quest. Und dann hat man ein paar Belohnungen bekommen. Genau. Das habe ich jetzt natürlich nicht aufgenommen, aber ich habe ein 100%iges Paragoni gefangen. Das kam natürlich nicht aus den Tickets, aber ich habe es gefangen. Meine Shinies, die ich während des ersten Halloween-Event-Teils gefangen habe, zeige ich euch natürlich auch am Ende des Videos. Wer die sehen will, der geht einfach am Ende des Videos gucken, wer eigentlich warten will. Weil, wie gesagt, das Video wird heute ein bisschen länger. Es tut mir auch leid. Ansonsten, ja, ist ja immer Halloween die schönste Zeit und wir wollen auch echt mit Tickets, Quests überladen. Auch der zweite Teil läuft. Einige Aufgaben. Macht natürlich dann Spaß zu spielen. Das einzige Doof ist dann natürlich, wenn man dann krank wird. Deswegen gibt es dann dementsprechend leider Gottes nicht so viele Möglichkeiten zu spielen und das auszunutzen, wie man es möchte. Und ja, ich warte immer noch auf mein Level Up, leider Gottes, auf Level 46. Aber das ist nicht mehr weit entfernt. Und ehrlich gesagt, wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte ich das bestimmt schon geschafft. Aber ich hoffe natürlich, dass ich euch das in einem der nächsten Videos hoffentlich zeigen kann. Genau. Hier gab es in diesem Teil viele Paragoni zu fangen. Genau. Die Brutmaschinen nehme ich natürlich immer gerne mit. Die man hier bekommt. Man kriegt im Moment viele Brutmaschinen. Das heißt, ich kann da immer eins von den großen Eiern im Moment reinlegen, ausbrüten. Und die anderen Brutmaschinen behalte ich dann, wenn nochmal ein gutes Event ist, wo man dann viele Brutmaschinen benötigt. Genau. Kann man die natürlich entsprechend dann verwenden, wenn nochmal irgendein Community Day kommt mit halber Brutdistan oder so, wo es sich vielleicht lohnt, nochmal auszubrüten. Und so mache ich das. Ihr könnt gerne auch reinschreiben, wenn ihr euch die Sachen gold habt, wie ihr es macht. Und ja, könnt ihr euch auch gerne reinschreiben, ob ihr euch schon auf den nächsten Community Day mit den Filinos freut. Und der ist auch schon bald am Anfang des nächsten Monats. Das wird natürlich gut, hoffentlich. Also ich freue mich schon. Ist mal wieder nach langer Zeit eine Community Day, der mich freut. So, dann kommen wir zu der Quest, die natürlich jeder hatte. Es ist natürlich schade für Leute, die jetzt erst angefangen haben bei Kripok, weil es war die einzige Möglichkeit bisher in den Events. Also ich habe bisher noch keinen weiteren gefunden, einen Kripok zu fangen. Das heißt, das ist schon sehr mager. Der wurde ja einmal eingeführt, da konnte man ihn nur einmal fangen. Da hat man gedacht, okay, jedes Mal bei Halloween kommt er wieder. Dann gab es ein Halloween, ja, da gab es den aus Quests an Pokestops. Da konnte man den jagen, wo der als Shiny eingeführt worden ist. Das heißt, ich hatte kein Glück, ich hatte kein Shiny. Zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich auch immer noch kein Shiny. Kann ich euch ja auch gleich einmal zeigen. Beziehungsweise ihr seht das ja gleich, dass meins kein Shiny war. Und auch für 100% EV habe ich auch noch keins. Es ist natürlich für mich doof. Und auch für neue Leute ist das doof. Die das wahrscheinlich verpasst, aber nicht haben. Weil wenn man nur eins bekommt, ist das schon natürlich sehr mager. Aber ihr habt es am wenigsten schon mal für einen Pokédex-Attack. Ja, das finde ich irgendwie schade, dass es nur ein Kripok dieses Jahr zu fangen gab. Ich bin der Meinung, es gibt auch keine Quests, wo der drin war. Ja, müssen wir mit leben. Ist halt nun so. Und dann schauen wir mal, dass wir dann hoffentlich noch weitere gute Pokémon demnächst fangen können. Ich zumindest, dass ich euch im nächsten Video wieder cooles Gameplay zeigen kann. Wie gesagt, Teil 2 läuft ja noch. Wenn ihr das Video seht und da kann ich euch hoffentlich gutes Gameplay präsentieren. Genau. Kripok war natürlich eine Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist, weil man da viel machen muss. Aber die kriegt man hin. Die hat sich ja meistens auf das Pokémon bezogen. So ein bisschen Funfacts. Ansonsten, neue Krypto-Pokémon. Kann ich euch ja schon mal sagen, das weiß ich ja jetzt auch schon. Weil das ja auch, wie gesagt, noch läuft. Das Video kommt ein bisschen später. Die für mich interessant sind, wäre Krypto-Lichtl. Krypto-Lugia hat sich bisher noch nicht ergeben. Der ist ja nur am Wochenende da. Aber wenn man krank ist, sollte man besser, wenn es die ganze Zeit draußen aus Eimern regnet, nicht rausgehen. Dann wird man noch kranker und dann fällt man noch länger aus. Deswegen habe ich leider, leider, leider Gottes, bisher keins gemacht. Und sehr wahrscheinlich will ich auch keins machen. Und hier, wie gesagt, hier sind wir ein angesprochenes Kripok. Ihr seht ja schon an den WP, wie gut oder schlecht es ist, für die, die die WP auswendig kennen. Ich weiß, das ist nämlich gerade selber auch nicht auswendig. Aber hier ist es. Und ja, nehmen wir natürlich dementsprechend einmal mit. Und dann gehen wir schon zum nächsten. Das war ja für alle verfügbar. Befristete Halloween-Forschung war auch für alle verfügbar, soweit ich das jetzt weiß. Ich will mich jetzt nicht vertun. Ansonsten, wenn ich mich vertue, korrigiert mich. Die müsste auch für alle verfügbar sein. Wie gesagt, das Ticket, was ich euch gezeigt habe, das musste man sich hier kaufen. Kann man sich, oder konnte man sich immer noch bis zum, ich glaube, 29. oder so kaufen. Dass man noch zwei Tage Zeit hat, die letzten Teile zu machen. Dann hat man natürlich die anderen alle verpasst, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe ja alle schon gezeigt. Das war das neu eingeführte Pokémon. Das haben wir natürlich auch entsprechend gefangen. Gau auf. Genau. Den Hund. So. Das, wie gesagt, müsste für alle verfügbar gewesen sein. Und dann gibt es noch ein gekauftes. Das konnte man auch noch kaufen. Ich glaube, es hieß Escho. Ich komme jetzt gar nicht drauf, wen wir mal gleich sehen. Das heißt, man hatte insgesamt vier befristete Forschungen. Weil das Ticket ist ja zeitlich begrenzt. Die befristete Forschung ist ja begrenzt. Das Krippbook ist zeitlich begrenzt, soweit ich weiß. Ich bin gerade in Fatur. Da bin ich mir nicht 100% sicher. Weil manchmal ist es so gewesen, dass man das halt sich holen konnte im Halloween Event und danach noch abschließen konnte. Ich habe es einfach mal abgeschlossen. Ich habe auch nicht darauf geachtet mit der Zeit, weil ich wollte das eh vor dem Ende des Events abschließen, um euch das im Video zu zeigen. Deswegen weiß ich das jetzt gerade nicht. Und das andere Ticket, was man kaufen konnte, nochmal. Dass es ja um das neu eingeführte Shiny Paragoni ging. Ja, das war auch begrenzt. Genau. Unheimliches Escho hieß das. Genau, das ist natürlich sehr gut. Ja, wundert euch nicht, wenn ich immer nicht alles direkt weiß. Ich gehe immer aufs Gameplay ein, erzähle euch was ein bisschen, wie es bei mir gelaufen ist. Was ich so für Infos noch habe und so. Aber ich mache mir keine Notizen vorher. Ja, deswegen kann es sein, dass ich, wenn ich was erzählen will, nicht immer direkt darauf komme, was ich euch sagen will. Das tut mir natürlich leid. Aber es geht ja darum, auch das Gameplay bei mir in den Fokus zu rücken. Auch wenn es jetzt nicht so spektakulär war. Aber, ich sag mal so, für mich helfen die Tickets, sag ich mal so, Erfahrungsbote zu machen. Weil man dann motiviert ist, Aufgaben zu machen. Und so weiter und so fort. Pokémon fängt. Das ist gut für mich im Moment zum Leveln. Und, ja, es sind auch in diesem Ticket, ja, für Leute, die jetzt nicht die Bonbons haben. Man muss es natürlich nicht kaufen, weil das macht keinen Sinn. Man hätte es auch so jagen können und das entwickeln können. Das ist ja auch eine Tauschentwicklung, das Paragoni. Und kostet, wenn ich mich gar nicht vertue, 200 Bonbons. Man konnte dann das einmal bekommen, ohne es zu entwickeln und hätte vielleicht mit Glück sogar ein gutes bekommen können. Denn es war ein Trombok in dieser Quest als letztes drin, auf der letzten Seite, ja. Und natürlich habe ich wie verrückt Pfiffchen gesucht in dem Event, weil ich das Shiny da noch brauchte. Ich habe ein Shiny bekommen, was ich schon hatte und das ist eh Shiny geboostet. Ich weiß aber, die rate jetzt gerade nicht auswendig. Und das andere Shiny, das kann ich euch schon mal sagen, die zeige ich euch, wie gesagt, auch noch gleich. Die sind nämlich dann nach diesem Ticket hier schon dran, weil wir sind schon wieder fast, naja, fast, ist übertrieben gesagt. Wir haben noch ein paar Seiten hier, die ich euch zeigen will am Ende des Videos. Also ich habe, wie gesagt, zwei Shinys bekommen. Und, ja, ansonsten natürlich immer die Pogo mitgenommen, die mehr Staub geben, die halt interessant sind, wie das zu Biers mitnehmen. Naja, aus dem Ticket ist okay. Nimmt man natürlich trotzdem mit, weil es gibt nicht mehr Staub. Ich habe zwar kein Staubproblem im Moment, ich werde aber selbstverständlich wieder vom Staub demnächst bei einem Level. Ich weiß aber gar nicht auswendig, bei welchem Level. Da muss man ja drei Pokémon auf Level 50 pushen. Das wird auf jeden Fall dann teuer für mich. Aber man kann ja schon mal theoretisch, wenn man sich vorbereiten möchte und nicht so weit ist, kann man sich ja irgendwelche hochbewerteten Pokémon, die es gibt, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Level 35er Inventar hat von deinen Freunden und man Glücksfreund ist, kann man ja sagen, hey, gib mir das mal, du baust das eh nicht. Dann kann ich das billiger pushen, weil Glücks-Pokémon kosten weniger beim Pushen. Vielleicht könnt ihr euch so, wenn ihr nicht so viel Staub habt, da schon mal drauf vorbereiten und euch drei Level 35er Glücks-Pokémon von Freunden organisieren. Wäre so meine Idee. Ich habe eh Pokémon, die ich auf Level 50 pushen will, die ich brauche als Konter für Raids und so weiter und so fort. Deswegen nehme ich die oder auch für PvP in der Meisterliga vorhanden will. Also kann ich die ruhig pushen. Das macht mir nichts aus, aber wenn ihr jetzt nichts habt, was ihr da unbedingt auf Level 50 pushen wollt, oder die Bonbons nicht habt für das Pokémon, was ihr unbedingt haben wollt, weil ich hatte auch die Schwierigkeiten dafür, die Bonbons zusammenzubekommen für die Pokémon, und weil die halt durch diese ganzen Vielfalt an Pokémon nicht immer gezielt auftaucht, und man auch nicht gezielt die Bonbons farmen kann für bestimmte gute Pokémon, und man eintauschen nicht möchte, weil das zu viele Bonbons kostet, muss man sich immer manchen Alternativen überlegen, weil das ist bei manchen Pokémon wirklich so, dass mir da die XXL-Candys fehlen, obwohl ich schon relativ viel spiele. Deswegen, ja genau, das ist nur noch was ansteht, und ich bin auch noch bei der Meisterwecks-Forschung mit dem Shiny-Chirachi dran, nur noch mal so als Info. Kommt auch noch mal irgendwann hoffentlich Gameplay, aber ich muss noch meine 10 Buddys machen. Und das dauert halt ein bisschen. Ich hätte ja vorher vielleicht 10 gehabt, dann wäre ich schneller fertig, aber so muss ich die jetzt nachträglich machen, und ja, dauert ein bisschen. Und ich bin auch ehrlich gesagt manchmal zu faul mit dem Buddy zu interagieren für Herzen, aber ich gebe mir Mühe, aktuell bin ich gerade dabei, mein Bibor, was ich mal als Buddy hatte, auf beste Kumpel zu machen. Ich müsste aktuell drei haben, ich hatte ein Ryulu, mein Tauboss, und das dritte weiß ich gerade aktuell nicht, was ich da hatte. Und das vierte, wo ich gerade dran bin, ist Bibor. Genau, und dann wäre das nächste, weil ich bei Level 46 Herzen sammeln muss, nehme ich dann ein Evoli, weil ich mal als Buddy hatte, das werde ich dann zu viel Nahrer auch entwickeln mit Blumenkranz, das passt auch. Genau, und hier ist das angesprochene Tromburg aus der Quest. Genau. Ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne rein, wenn ihr euch das Ticket geholt habt, wie es bei euch gelaufen ist, vielleicht hattet ihr ja mehr Glück mit den Ticket-Pokémon. Also ich hatte da gefühlt nichts Gutes drin von IndieV, kein Shiny, aber natürlich freue ich mich über die Erfahrungspunkte-Items, und ich hatte es auch noch nicht entwickelt, war sogar ein neuer Pokédex-Eintrag für mich. Und dann das angesprochene, geboostete Alola-Mauzi und Shiny. Nehmen wir natürlich mit, hatte ich zwar schon, aber naja, Shiny ist Shiny. Und ansonsten haben wir natürlich dann noch entsprechend unser Paragoni bekommen. Und dann sage ich mal, Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video, auch wenn es heute ein bisschen länger war. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video oder live im Video. Und damit sage ich, ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.